Ich empfehle mich. Ich empfehle mich. Ich empfehle mich, das ist sehr wichtig. Das ist das Ding auch. Kommen wir, das ist schön. Das ist schön. Die Ausgangstabewäsche du hast? Ja, ich sanfte. Das ist schön. Die Ausgangstabewäsche. Die Ausgangstabewäsche ist. Was, was, was? Lang machen. Und tief. Oh, gut. Ich bitte mich lang, dass ich nicht mehr so bewegen kann. Hey, du hast es. Sechs Sekunden. Noch gut. Das ist ein Terz. Das ist ein Pickel. Krass. Das müssen wir hören. Das müssen wir hören. Ja, das müssen wir hören. Ja. Wird die erste Runde holen? Die zweite Runde entscheidet. Also fünf Sekunden? Nur fünf Sekunden, Jeremy. Stopp! Die drei. Box. Nice. Sauber, knackige Treffer setzen. Kontrolliert ein bisschen sauber. Jawohl, schön lang machen. Genau. Denk auf die Beine. Schön. Nice. Pfff. Draht rein. Ja. Ja. Gehen wir hier zu. Ja. Entschuldigung. Bull gaps. Die dunkle. Die dunkle ist. Das machen wir auch in der Schule. Die dunkle. Die dunkle. Ich kann über die Padente fahren. Jawohl, ich kann über die Padente fahren. Es ist schön dran, die Padente. Drableiben, die Padente stehen. Das ist gut. Vollzieht! Der Runde ist Reneo in die Führung gegangen. Es gibt zwei Punkte. Aber insgesamt der Runde durch den Kampf unter Cervi.